So, so meine liebe Ehefrau, ein für allemal, ich hasse Xavier Naidoo, und ich hasse Silbermond, und ich hasse Julie, und ich hasse deine ganze Kack-Schlager-Kacke, und da gehört die rein, genau da rein, diese Mikrowelle, und da kannst du sehen, verdammt, das ist alles kaputt, das ist alles kaputt, jetzt soll's brennen, brennen soll's, so, ich überantworte diese Scheiß-Schlager-Musik in Flammen, in meiner Mikrowelle, aber 600 Grad, Hallo, schneller, freck, da ist auch Dieter Bullen drauf, Boah, die schäumt über, die schäumt über! Oh, ich hasse euch alle, ich mach euch kaputt! Ich hasse dich, du, Tokio-Den, ich hasse dich, Juli! Oh, oh, ist du schnell auf!